herzlich willkommen zur nächsten folge hier wo wir einen kleinen hacken slash controller basteln und halt eine spinne als gegner ki letzte folge hatten wir aufgehört hier da war noch mal die frage wegen das get hier von pan also ich bin drin im spider enemy blueprint wir ziehen hier den pan den wir in der letzten folge ja erstellt haben hier rein get pan rechts klick und dann hier convert to valid get dann haben wir das hier nämlich genauso auch schon drin ich jetzt noch mal ganz kurz hier auf unsere spinne ja heute wollen wir im endeffekt folgendes basteln dass die spinne uns folgen kann also hier haben wir das auch so und so wollen wir das hier auch erstellen also von true also was wir gesagt hatten wenn die spinne quasi ein actor sieht und der actor ist gleich unser spieler charakter dann ist es true dann geht sie hierhin wenn es valid ist dann könnte man jetzt hier ran gehen wir machen wenn es nicht valid ist dann soll er sie selber setzen die variabel halt also hier den spieler quasi reinsetzen denn wir haben ja hier pan und ja das wird dann hier als spiele in unserem blackboard hier drin im blackboard gesetzt die variabel gut das haben wir okay das nehme ich noch mal raus das habe ich schon mal vorher gebastelt genau ich habe jetzt hier unten das lösche ich uns noch mal das mache ich noch mal neu und zwar haben wir unten event dispatcher da geben wir mal auf plus und geben ein player und kompilen das ganze und speichern und können das ganze hier rein nehmen und machen mal call ja diese event dispatcher das sind müsste ich so vorstellen wie adressen halt das werdet ihr nachher sehen wir steuern das nämlich nachher an und wir wollen dass wenn er hier durchgelaufen ist dass er dann quasi hier dieses brief symbol passt relativ guten brief verschickt nämlich zu einer anderen sache da kommen wir aber gleich zu nämlich wir haben ja das bt bei der wandering wir hatten das in der letzten folge gesehen das problem war dass wenn unsere unsere spinne uns folgt zum einen lief sie nicht richtig wenn man dann ist folgendes passiert wenn sie spinne uns gesehen hat dann ist sie erst ihren wegpunkt abgelaufen und hat uns dann gefolgt das wollen wir hier ändern wir wollen das hier basteln dass die spinne wenn sie uns sieht sofort abbricht nicht mehr weiter geht und dann halt quasi ja uns folgt so ich mach das hier auch mal auf so und hier seht ihr das hier genau das habe ich mal gesagt das muss rein und zwar folgendes wir haben hier dieses bind event to player found das ist das erste was wir hier stellen wir gehen jetzt hier rüber eben einfach ein leer found und hier haben wir bind event to player found sehen wir uns hier hin verbinden das so das ist das erste das heißt wir machen nämlich jetzt folgendes ja wir haben jetzt hier ein fehler das ist vollkommen okay sie ist immer kurz rüber macht das mal ein bisschen kleiner so schlussendlich passiert jetzt folgendes die spinne mit diesem pan sensing was wir ja dran haben sieht uns dann wird abgefragt ist es ein spieler na also es ist der spieler charakter wenn ja dann ist hier ein branch und branch ist immer mit einer bull variabel schlussendlich die condition dafür kriegen wir hier raus und wenn es der spieler ist dann ist es true dann fragt er ab ob pan quasi schon gesetzt ist also ob da schon der spieler drin ist kann sein dass sie ihn schon mal gesehen hat zum beispiel wenn man das jetzt so bastelt und in unserem fall läuft die spinne uns immer hinterher kann jetzt aber zum beispiel sein dass man jetzt die spieler auch abhängen kann ja also dass man jetzt sagt okay ab einem gewissen abstand zum spieler hörst du auf mir zu folgen dann wäre pan trotzdem gesetzt also dann hat sie den spieler schon mal gesehen dann ist es trotzdem gesetzt so in unserem fall werden wir halt einfach nachfragen er wird nicht gesetzt sein weil es das erste mal ist dann setzen wir pan und zwar hier raus und äh dann wird pan quasi hier hatten wir das als also fürs blackboard als spieler ja ne kinim ist sein spieler gut dann haben wir ja hier gesagt das widget das kann man dann sehen dann äh ändern wir ja den walkspeed der spinne und dann senden wir ein briefchen quasi äh zu diesen da sagen wir call player found ihr seht wir müssen jetzt hier kein äh cast to oder sonstiges machen ne wir können ganz einfach durch diesen event dispatcher sagen player found und äh hier haben wir das hier sagen wir cast klar und hier haben wir dann bind event to player found also hier wird abgefragt wir fragen jetzt hier äh spider enemy blueprint ab und fragen ob hier das event gesetzt wird schlussendlich und äh da müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen und zwar ziehen wir hier erstmal hin machen custom event wenn das ganze player unterstrich found so dann haben wir hier ähm gehen wir erstmal das wird nämlich das äh charakter movement äh charakter äh charakter movement genau und ähm dann gehen wir hier stop movement ja also da soll er sofort aufhören ja also dieses stop movement ähm ähm im ideality äh soll sofort aufhören also er soll dann nicht weiter ähm laufen sondern er soll stoppen immer wenn dieses event quasi ist und dieses event ist ja dann im endeffekt äh quasi wie gesagt wir werden gesehen dann läuft es durch dann ist er hier und dann stopp das ganze so gehen wir jetzt in unseren äh behavior tree hier ist er wir haben hier simple parallel 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 simple parallel mein gott ja simple parallel schlussendlich da haben wir move to ja also hier move to player und hier spider focus äh ist das gleiche was wir hier auch schon hatten spider focus schlussendlich können wir uns mal ganz kurz den tree nochmal angehen und gucken hier ist erstmal die frage das was hatten wir schon erstellt ob er tot ist oder nicht die spinne wenn sie nicht tot ist geht sie hier rein hier wandert sie umher hier hat sie den spieler ja noch nicht gefunden deswegen haben wir hier observer up board self blackboard key ist player ist not set ja und weil wir hier äh das self haben ist es quasi hier so grünlich eingerahmt ja wenn ich jetzt non machen würde ihr seht es dann ist es nicht so das ist soweit okay und hier player ist set observer up boards non deswegen ist hier nicht alles jetzt blau okay speichern wir das ganze gucken wir mal so da ist die spinne jetzt laufe ich hier mal rein und ihr seht ja sie folgt uns das problem hatten wir ja schon in der letzten folge das werden wir jetzt auch beheben da werden wir nämlich was umändern da gehen wir mal in ähm unser spider enemy blueprint rein äh da gehen wir hier auf spider hier haben wir use control rotation jaw das nehmen wir raus brauchen wir nämlich nicht weil wir haben charakter movement und orientation rotation also wir haben hier charakter movement rotation settings erstmal machen wir es 180 ich erkläre auch gleich warum ähm das hat damit zu tun dass die spinne sich nicht so extrem schnell drehen soll ja also nicht sofort quasi zu uns gucken soll sondern wirklich eine gewisse rotation haben soll also dass es auch ein bisschen vernünftig aussieht und wir haben orientiert rotation to movement also er soll sich zur bewegung ausrichten das machen wir auch an wir compilen das ganze wir können auf save machen mal auf sheer play und ihr habt schon gesehen dann geht sie relativ gut dreht sie sich dann und wenn wir jetzt hier reinlaufen ihr seht sie folgt mir richtig schön smooth ja klar wenn ich jetzt dicht dran bin äh wird jetzt der ein oder andere sagen ja jetzt aber ne ich jetzt bin es aber dicht und das sieht nicht gut aus müssen wir dann denken wenn ich so dicht bin wie jetzt hier hier so wie ich das jetzt mache dann soll die spinne im angriff übergehen ja dann soll sie mir ja nicht mehr folgen das werden wir ja dann denke ich mal in der nächsten folge anfangen produzieren äh wir können jetzt noch ein bisschen schon mal vorarbeiten für den angriff von der spinne ähm ja wie gesagt das ist dann also wie gesagt da äh jetzt funktioniert das soweit dass sie uns folgt ich bleib mal stehen äh sie hört auch vernünftig auf sag ich mal vernünftig dicht sie schiebt mich nicht durch die Gegend finde ich auch gut und jetzt wäre halt so also ich sag mal sogar noch ein Stück weniger würde sie anfangen zu kämpfen ja also dann würde sie äh mich schlagen ja was wir machen können noch so mal so als Vorbereitung äh wir gehen hier rein bei den Animationen und zwar haben wir hier gewisse ja ich sag mal Angriffe wir haben hier ähm dieses Spider gehen wir einfach hier rauf einmal diesen Angriff würde ich mit reinnehmen genau das machen wir mal und dann machen wir einfach das kennt ihr schon Create Animations Montage das gleiche machen wir auch mit denen das ist quasi die andere Richtung ja Create Animations Montage dann haben wir hier noch den Tod und so das werden wir später nochmal brauchen Spider Teleport nicht unbedingt ähm gucken uns das mal an wir könnten das ja auch noch mit reinnehmen also auch hier Create Animations Montage dann wieder Speichern Ctrl Shift und S dann haben wir die schon mal so weit drin äh ich glaube diese drei habe ich auch hier genommen genau dann haben wir das schon mal so weit auffertigt so dann haben wir schon mal die Animation wie gesagt in der nächsten Folge geben wir dann den Angriff in der wir gehen jetzt noch mal ganz kurz durch was wir hier gemacht haben und zwar hier im Blackboard wie gesagt hier haben wir ja nicht viel umgestellt hier haben wir halt Simple Parallel im Endeffekt also wenn wir einfach mal uns angucken das habe ich ja schon gesagt er geht durch hier haben wir eine Sequenz und hier haben wir halt einen Selektor ist klar Sequenz läuft erstmal durch Selektor kann alles durchlaufen kann aber auch Sachen rausgenommen werden ja deswegen haben wir jetzt hier bei der Sequenz Simple Parallel parallel im Endeffekt dann das Move To das gibt es ja schon hauseigen also ne ich jetzt hier reingehe gebe ich ein Move To das gibt es wie gesagt das ist jetzt nichts was wir selber programmieren müssen oder so das gibt es schon Move To da haben wir den Radius von 5 das ist in Ordnung und Blackboard Key haben wir hier den Player drinnen ja äh Spider Focus ist das gleiche was wir hier schon gebastelt haben kennt ihr ne so sieht es aus ich glaube das war nicht hier drinnen das können wir rauslöschen brauchen wir nicht Compile and save so so sieht das Ganze aus kennt ihr haben wir ja zusammen schon erstellt ach so dann habe ich hier Player Found stehen ihr habt hier Note nehmen also wir können hier den Note nehmen zum Beispiel ändern und den nennen wir jetzt mal Wandering so ne und hier habe ich halt Player Found kann man hier eintragen so das ist gesetzt der Spieler ist also hier Spieler ist nicht gesetzt Spieler ist gesetzt ja wenn Spieler gesetzt ist dann geht er hier rein äh wenn Spieler nicht gesetzt ist dann läuft sie hier damit der Spieler gesetzt wird haben wir halt hier paar Sensing ja eingebaut hier ist das Ganze wie gesagt das bin ich mit euch schon durchgegangen äh ja und hier haben wir schlussendlich das Call Player Found herangemacht und das haben wir hier reingebaut das sorgt halt dafür dass wir oder dass die Spinne äh sofort aufhört zu gehen sich nach uns ausrichtet und äh uns angreift und zwecks Ausrichtung haben wir halt hier im Movement das nochmal eingestellt das Orientant Rotation to Movement Rotationsrate 180 Geschmackssache wie gesagt also ich find's eigentlich mit 180 ganz gut und beim Spider Enemy Blueprint direkt drin da haben wir Use Control Rotation Door rausgenommen brauchen wir nicht äh können wir alles saven damit passt das soweit dann haben wir das nämlich auch schon fertig ja und schlussendlich wie gesagt wir haben jetzt eine Spinne die vernünftig hin und her wandert ihr könnt wenn ihr wollt hier noch ein paar Gegenstände zwischen machen dann läuft sie nicht nur gerade na also wenn wir jetzt hier so gucken na also sie geht hier auch vernünftig die Kurven rum äh das macht sie sie folgt uns jetzt auch das vernünftig wie gesagt wenn wir zu dicht dran sind natürlich dann sieht's ein bisschen hakelig aus so wie jetzt hier aber bitte dran denken wenn ich in dieser Distanz bin dann soll die Spinne mich angreifen dann soll sie mir nicht folgen und wie gesagt das werden wir in der nächsten Folge basteln diese Folge war jetzt einfach im Heidrank nehme ich gerne mit diese Folge war jetzt einfach wirklich dass wir die Spinne dazu bringen dass sie uns folgt und das macht sie auch das funktioniert also soweit wunderbar und wie gesagt auch hier wenn ich jetzt loslaufe ein bisschen hucklig startet sie jetzt so ähm die seit immer dran denken wenn sie so nicht dran wäre dann würde sie nicht so stehen wäre sie im ja im Angriff äh und dann würde das Ganze ganz anders wirken na aber so wie gesagt so das könnte man jetzt auch nehmen wenn man möchte zum Beispiel bis jetzt wo wir sind als Pad könnte man sich ein bisschen umprogrammieren und dann hätten wir auch ja wie ich sag mal einen Gegner beziehungsweise äh eine KI die uns folgt gut das war's erstmal für die Folge heute ähm wie gesagt nächste Folge beschäftigen wir uns damit dass die Spinne äh uns angreifen tut wie gesagt die Animation dafür haben wir jetzt fertig gemacht beziehungsweise die Montagen dafür haben wir fertig gemacht in der nächsten äh Folge dann Angriffssystem müssen wir gucken ob wir das dann auch nochmal aufteilen oder ob wir das in einen Rutsch durchkriegen kann ja schon mal kurz reingucken mit euch was da auf uns wartet ähm das ist nachher wenn wir die Spinne ja quasi schlagen wollen das ist das Ganze ich denke das kriegen wir in einen Rutsch guck mal kurz durch das kriegen wir in einen Rutsch durch ja dann haben wir nächste Folge das soweit ähm dass wir ja die Spinne schlussendlich dazu kriegen dass sie uns angreift und dass wir halt Schaden kriegen genau beziehungsweise Schaden werden wir glaube ich noch nicht kriegen müssen wir mal gucken äh weil ich glaube wir haben noch nichts eingestellt auf den Spielerzweck Schaden kriegen das müssen wir nachher auch nochmal programmieren dass der Spieler Schaden kriegen kann schlussendlich und äh dass er auch sterben kann also die zwei Sachen sind mir eingefallen die fehlen noch also das werden wir auch noch nachholen aber okay wie gesagt nächste Folge erst mal dass wir angegriffen werden von der Spinne ja gut das war's dann für die von der Spinne